Ich mache gerade ein Tablett aus Epoxidharz mit Süßigkeiten und ein Bild von unserer WG drin als Übung für mein Skateboard. Erstmal habe ich nur eine kleine Schicht Epoxidharz reingemacht und dann das Bild und die bunten Smarties drauf. Und das habe ich eintrocknen lassen. Jetzt muss ich noch eine zweite Schicht Epoxidharz drauf machen. Ich hoffe, es geht alles gut, denn bei meinem Skateboard letztes Mal ist alles schief gegangen. Erstmal muss ich das Epoxidharz anmischen. In der Story seht ihr jetzt schon mal, wie ich das Tablett rausholte. Dann noch alles umrühren und über das Tablett geben. Ich hatte wirklich Angst, dass wieder alles rumschwimmt und einfach nicht funktioniert. Aber da ich es erstmal antrocknen lassen habe, hat alles super funktioniert. Und alles ist an der Stelle geblieben, wo es sein sollte. Was soll in mein nächstes Tablett rein?